Herzlich willkommen, liebe Stiere, bei Löwenherzlern im Mord zu eurem Wochenenergien vom 21.11. bis zum 28.11. Wo müsst ihr euch mit auseinandersetzen, liebe Stiere? Hups, 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 da fallen sie hier schon. Hier sind zwei. Legen wir den hin. So. Eine Karte aus dem Tarot. Oh ja, neidenswert hier. Klarheit in einer Beziehung. Klarheit in einer Beziehung, eine Beziehung auf Augenhöhe, Wunscherfüllung. Ein Rat kann um die Werbung jetzt, bin ich gespannt. Was haben wir denn da? Nee, nee, das sind fünf Stück bewegen. Ich möchte ein Rat nur. Wähle Liebe statt Angst. Ja, hier geht es tatsächlich um eine romantische Beziehung, die jetzt wirklich, wirklich ganz, ganz fest wird. Und hier möchte jemand wirklich jetzt Tacheles reden und sagen, ja, wir gehören zusammen. Vielleicht steht auch eine Heirat an. Ein Heiratsantrag. Das ist die Wunscherfüllung, die Liebenden. Das ist die Liebe auf Augenhöhe. Ganz fantastisch. Wähle Liebe statt Angst. Der Rat ist, vielleicht bist du hier noch etwas und sagst, oh Mann, kann das gut gehen? Geht das gut, mich jetzt festzubinden? Ich glaube, du bist das lieber Stier. Und der Rat ist, wähle die Liebe statt die Angst. Lass es fließen. Du weißt doch, hier ist alles gut. Hier ist dein perfekter Partner für dich. Fantastisch. Herzlichen Glückwunsch. Seele Liebe statt Angst. Lieber Stier. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020